Die Digitalisierung trägt natürlich dazu bei, dass sich die Gäste sehr schnell entscheiden können, dass sie unwahrscheinlich viele Möglichkeiten haben, sich zu informieren. Und die Herausforderung für den österreichischen Tourismus besteht darin, darauf adäquat reagieren zu können und diesen neuen Gästeanforderungen auch gericht zu werden. Also für die Regionen ganz sicher, dass ein Austausch stattfindet, dass wir die Möglichkeit haben, uns miteinander zu sprechen, uns gegenseitig zu beraten und auch Chancen zu erkennen, die die einzelnen Destinationen ergreifen können und vielleicht auch Dinge liegen zu lassen und sich auf bestimmte Dinge zu fokussieren, die als sinnvoll erscheinen.